Glasmannaktur Kaiserhof. Sensationell Handwerk in Neunkultur. Es ist eine Ökonomie der Menschlichkeit, die da gelebt wird. Es ist ein Künstler. Das ist ein Künstler. Ein Team. Es ist ein Künstler. Nächster Schritt und das ist schon der Zehntegabe jetzt. Wenn man das Produkt dann kauft, sieht man das alles nicht, was da dahinter steht. Die siebte Schritt wurde da aufgeteilt. Jetzt spielen wir blind ineinander. Ja? 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 Das ist ein Gas. Das ist ein Gas. Das ist ein Gas. Vielen Dank.